Jetzt hoffen wir weiter auf der Welle der guten Laune. Rüber zu BILD TV. Ja, da war mal wieder der kleine, dicke Harry Potter von BILD TV zugange. Und er hatte sich Karl Lauterbach zum Verhör geladen. Und das war sehr spannend, denn es gab eine Zuschauerfrage. Mit der haben die zwei, glaube ich, nicht gerechnet. Herr Lauterbach, haben Sie eine Idee, wie lange der ganze Scheiß noch dauert? Das ist eine sehr kurze Frage. Ja, muss man sagen, wie lange dauert der Scheiß noch? Eine Frage, die ich mir bei BILD TV eigentlich immer stelle. Hier muss ich aber Lauterbach loben, weil er hat wirklich souverän, richtig eine krasse Frage mit einer krassen Antwort gekontert. Also das war das Filet einer guten Antwort. Und BILD TV ist sowieso grundsätzlich geil. Also wenn ich mal langweilig ist und Sie wollen neue Helden entdecken. Ich habe da jemanden gefunden und zwar ist das ein Fahrlehrer. Und er bringt die Situation perfekt auf den Punkt. Daniel Reinemann ist seit knapp 25 Jahren Fahrlehrer. Schon im Simulator erkennt der Experte Christin das Problem. Du fährst immer dahin, wo du hinguckst. Guckst du scheiße, fährst du scheiße. Ja, das ist eine einfache Regel. Oder? Ja, guckst du. Guckst du scheiße, fährst du scheiße. Ist so. Ist so, ist einfach so. Guckst du scheiße, fährst du scheiße. Guckst du scheiße, fährst du scheiße hört sich an wie ein Karnevalshit. Oder? Guckst du scheiße, fährst du scheiße. Das könnte doch der Hit für die Session 22, 23 sein. Guckst du scheiße, fährst du scheiße. Mach mal. Wolfgang, du kannst das doch. One, two, three. Guckst du scheiße, fährst du scheiße. Schön. Guckst du scheiße, fährst du scheiße. Das ist es, das ist es. Nicht weiter. Ihr müsst vermarktet den, sonst macht den sofort, Micky Krause. Guckst du scheiße, fährst du scheiße. Finde ich, sollte ein Motto werden. Sollte ein Motto. Und ich finde auch, wir haben hinten meine Bilderwand noch viel zu wenig bespägt. Hier. Haben wir es schon? Sehr schön. Guckst du scheiße, fährst du scheiße. Da gibt es übrigens ab morgen im TV-Total-Fanshop bestickte Kissen. Haben wir einen Fanshop? Wir werden ab gleich einen Fanshop mit bestickten Kissen haben. Machst du das einmal, Thorsten. Hängst das einmal hin. Unten, unterstes Bild. Ne, mach. Einmal da dran. Nimm das einfach weg. Genau. Und hängst gerade. Hängst gerade. Hängst gerade. Und schnell wieder zurück. Komm, komm her. Komm, 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 komm. Na. Auf, 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 auf. Laufen. Laufen. Das geht alles von deiner Zeit ab. Lebenszeit. Bei dir? Bei dir weiß man wirklich, ist das ein Schlaganfall oder kannst du noch? Guck mal, mach mal einen Kopf gerade. Wirklich, falls ein Orthopäde zuschaut, helf diesem Mann. Kannst du gerade stehen? Weißt du, was gerade ist? Du stehst an der Trommel, du hast noch nicht mal so ein Klavier, wollte ich gerade sagen. Also so eine Gitarre die ganze Zeit schief umhängen. Aber egal. Am 2.2. Letzte Woche, 2022, das war der Tag zum Heiraten. Alle wollten sie heiraten. Dementsprechend war auch ein Kamerateam von WDR aktuell vor den Standesämtern und hat da ein Brautpaar befragt. Und da hat ein Bräutigam eine erstaunliche Aussage getroffen. Trauungen im Akkord. 60 Termine hatte das Standesamt angeboten und der Oberbürgermeister gratulierte persönlich. Alle Hochzeitspaare waren gerührt und der ein oder andere auch ganz schön aufgeregt. Wunderschön. Man heiratet nur einmal im Jahr. Man heiratet nur einmal im Jahr. Man heiratet nur einmal. Das ist voll eine musikalische Sendung. Ich habe das Gefühl, man heiratet nur einmal. Aber scheiß drauf, Hochzeit ist nur einmal im Jahr. Oh nee, oh nee. Und schadalah. Aber scheiß drauf. War was spät, ne? War was spät. Peter Wackel. Ja, das war der echte Peter Wackel. Ich habe mein Rohr zu spät abgefeuert. Ich habe mein Rohr zu spät abgefeuert. Ja, passt auch in den Karneval. Scheiß drauf, Hochzeit ist nur einmal im Jahr. Das finde ich, passt auch an die Wand. Haben wir da zufällig ein Schild? Dieses Holzschild gibt es abgleich in den noch nicht erfundenen TV-Total-Fan-Shop. Thorsten, kannst du das einmal hinten hinhängen, bitte? Ja? Und du steh gerade. Hochzeit ist nur einmal im Jahr. Ole, ole. Nur Ohrwürmer.